Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr Wimmels bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die sie hier erlangen, werden ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde sie im Umgang mit Feuerloffen, dem Einsatz von Tarn-Taktiken und dem Hackenfeindlicher Netzwerk instruieren. Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich, hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt? Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureiten. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, wie ich. Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hecken auf dem Menü. Ich hab das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Und natürlich. Du weißt, was du da mit Geschenkonsiert haste. Man. Schaut es auf dieser Seite, werfenst du jaun. Ganz gut. Ich hab das Kursschneider. Du weißt, was das kursschneider ist und jetzt zu uns. Ich habe das Kursschneider. Ich werde dich auch darauf aus Watch. Jetzt sehen das, was ich behebenswert. Du weißt, was du überrascht? Du weißt, was du reingehen hast? Du weißt, wie du weißt, bist du? In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Hektik in den Bildschirm um die Wache abzulenken. Die Wache sind in der Zeit, die Sie in der Zeit haben. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Toten-Sorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Oh, okay. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt, zünde die Granate! ZDF für funk, 2017 Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich hab hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Was ist? Wollen wir? Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 In Deckung! Schnell! Du hast es fast, fast. Gleich nochmal von vorn. In Deckung! Schnell! Nice! Nice! Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. In Deckung! Das war's für heute. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Zurück zum Training, Rekrut. Das war's für heute. 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 Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Oh! Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.